Kinderpornografie wird in Zukunft milder bestraft werden. Laut einem Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium werden die Mindeststrafen herabgesetzt. Und das ist auch verdammt sinnvoll. Bevor ihr mir jetzt Droh-E-Mails schreibt oder mir den Tod wünscht in den Kommentaren oder mir entfolgt am schlimmsten, bitte hört euch meine drei Beispiele an. Ich gebe dir drei Beispiele und nachhand dessen wirst du sehen, dass dieses Gesetzesvorhaben sehr sinnvoll und längst überfällig ist. Alle drei Beispiele haben es bis vor das Bundesverfassungsgericht geschafft. Und das dritte Beispiel, wenn du unter 35 Jahre alt bist, wird dich das dritte Beispiel mit gewisser Wahrscheinlichkeit sogar betreffen. Beispiel 1. Ein 22-Jähriger ist auf der Geburtstagsfeier seiner Freundin. Die Freundin ist 13 und wird um Mitternacht 14. Auf dieser Party, wie es kommen muss, küsst er seine Freundin. Und zwar in sexuell bestimmter Weise. Ein anderer Partygast macht davon ein Foto und schickt es in die WhatsApp-Gruppe der Party. Und hier kommt die aktuelle Rechtslage ins Spiel. Wir sind in § 184b StGB, Strafgesetzbuch. Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein Jahr bis zu zehn Jahre wird bestraft, wer einen kinderprotografischen Inhalt verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Verbreiten oder öffentlich zugänglich machen von kinderprogrammischen Inhalten ein Jahr Mindestfreizstrafe. Das heißt, die Person, die auf dieser Feier von diesem Kuss ein Foto macht und das in die WhatsApp-Gruppe schickt, ein Jahr Mindestfreizstrafe. Welche katastrophalen Auswirkungen das hat, dazu kommen wir noch. Und es geht noch viel schlimmer. Stellen wir uns mal vor, du bist in dieser WhatsApp-Gruppe. Du hast mit dem Kuss und mit dem Foto nichts zu tun. Du warst nicht mal auf der Party. Du bist einfach nur irgendwie in die WhatsApp-Gruppe gekommen. Und dann, in die WhatsApp-Gruppe geht dieses Foto rein. Du hast es drin, findest es schockierend oder lachst drüber, was auch immer. Du legst dein Handy wieder weg und fährst in die Arbeit. 184 Bertha Absatz 3 Strafgesetzbuch. Wer einen solchen Inhalt besitzt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. In diesem Moment, als Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe, wenn du dieses Foto nicht sofort löscht, machst du dich strafbar nach aktueller Rechtslage mit einem Jahr Mindestfreizstrafe. Es geht zwar nur rauf bis zu fünf, aber für dich, nur weil du in der WhatsApp-Gruppe bist und das Foto nicht löscht, ein Jahr Mindeststrafe. Beispiel 2. Und darum ging es in der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Eine Achtjährige ist mit einer anderen Achtjährigen gemeinsam in der Klasse und versendet, warum auch immer, ihrer Klassenkameradin ein Foto ihres entblößten Intimbereichs. Bei der Achtjährigen, wie es auch sinnvoll ist, sieht es die Mutter. Und die Mutter wird nachvollziehbar wütend und schickt dieses Foto an die Eltern der Klasse in die WhatsApp-Gruppe und an die Mutter des Mädchens. Ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Man mag das Verhalten nachvollziehbar finden oder nicht, aber diese Fälle sollten nicht von 184b umfasst werden. Und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das war so auch nicht geplant. Und für solche Fälle muss es einen Ausgleich geben. Der Gesetzgeber hat bei 184b, StGB, nicht bedacht, dass es Fälle gibt, die einfach deutlich milder sind, als das, was der Gesetzgeber schützen wollte. Und dann kommen wir zum Beispiel 3. Und ich habe ja schon erwähnt, wenn du unter 35 bist, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass du vielleicht davon betroffen bist. Und dabei geht es um die ganzen WhatsApp-Gruppen mit ekelhaften Stickern, Memes, Bildern, Videos. Viele kennen solche Videos und Sticker. Die sollen lustig sein, sind es nicht, sind einfach nur ekelhaft und auch strafbar. Es geht um irgendwelche Memes oder Kinder und auch dieses Meme oder dieses Video hat es in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geschafft. Irgendwie ein Achtjähriger, der den Geschlechtsakt vollzieht mit einem Huhn und dabei irgendwie lacht. Was auch immer, ich kenne es zum Glück nicht persönlich. Und das kursiert in WhatsApp-Gruppen. Und jeder, der dieses Video nicht sofort löscht, ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Und warum ist diese gesetzliche Regelung so katastrophal? Dass die Mitglieder der WhatsApp-Gruppe, dass die Mutter des Kindes oder irgendjemand, der das Video nicht mehr ganz angesehen hat, nur vergessen hat, es zu löschen. Dass die drei Personen ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe bekommen. Es wird ja noch katastrophaler. Das Katastrophale ist, ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe bedeutet, es handelt sich um sogenanntes Verbrechen. Weil Straftaten ab Mindeststrafe von einem Jahr sind Verbrechen und keine Vergehen mehr. Und das hat einige sehr negative Konsequenzen. Insbesondere kann die Staatsanwaltschaft solche Verfahren nicht einstellen. Das heißt, solche Verfahren können nicht wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Das heißt, es ist nicht nur so, dass das Urteil nicht unter einem Jahr ausfallen darf, sondern die Staatsanwaltschaft muss es anklagen. Die Staatsanwaltschaft kann auch nicht durch Strafbefehl entscheiden. Also die Staatsanwaltschaft kann nicht schriftlich verurteilen, sondern es muss eine Anklage geben. Strafbefehl würde bedeuten, dass der Angeklagte im schriftlichen Verfahren verurteilt wird. Das heißt, du kriegst dein Urteil per Post zugestellt. Sagen wir jetzt in so einem Fall ein Jahr mit Bewährung. Dann denkst du dir, okay, ja, damit bin ich einverstanden. Ich möchte nicht vor Gericht. Bist du einverstanden? Diese Fälle müssen nach aktueller Rechtslage angeklagt werden. Das bedeutet, mit allen negativen Konsequenzen. Eine Anklage bedeutet, du kriegst die Anklage zugestellt und dann wird vor Gericht verhandelt. Dann sitzt du vielleicht in deiner Kleinstadt am Amtsgericht und bist angeklagt wegen Verbreitung oder Besitz kinderpontografischer Schriften. Und das ist eine irre Bloßstellung. Du bist dann im Gericht und es wird vor Gericht in öffentliche Hauptverhandlungen über dich verhandelt. Und draußen vor dem Saal gibt es noch so einen schönen Aushang. Und dann triffst du vielleicht deinen Arbeitskollegen und der ist zufällig bei Gericht und dann steht da, ja, Montag 11 Uhr wird verhandelt gegen Max Mustermann wegen Verbreitung und Besitz kinderpontografischer Schriften. Und das sieht dein Arbeitskollege. Oder du sitzt in der Hauptverhandlung drin als Angeklagter und hinten sitzt die Schulklasse drin. Die Hälfte davon ist aus deinem Fußballverein. Diese irre Bloßstellung ist aktuell verpflichtend. Das heißt, nur durch irgendeinen dummen Zufall, weil du vergessen hast, ein Bild oder ein Video zu löschen oder die aufgebrachte Mutter, werden so dermaßen bloßgestellt und stigmatisiert. Und ein Jahr Freiheitsstrafe. Jetzt werden viele sagen, ja, ein Jahr Freiheitsstrafe ist ja jetzt nicht so dramatisch, weil es kann ja zur Bewährung ausgesetzt werden. Ein Jahr auf Bewährung, ohne Auflagen, ist ja jetzt nicht so dramatisch, passiert ja nichts. Doch, erstens, du bist mit einem Bein im Knast. Wenn wieder irgendwas schief geht, kann es sein, dass du absitzt. Und Punkt 2, ein Jahr Freiheitsstrafe, auch mit Bewährung, ist im Führungszeugnis. Jetzt stellen wir uns mal vor, du möchtest den Arbeitgeber wechseln und bewirbst dich nächste Woche bei deinem neuen Chef und der will das Führungszeugnis sehen. Dann steht da drin, ein Jahr auf Bewährung wegen Besitz kinderpontografischer Schriften. Da will ich aber deine Arbeitsmarktchancen sehen. Und jetzt schon mal, um etwaigen Todeswünschen für mich vorzubeugen, es ist deswegen sinnvoll, damit solche Minimalfälle, damit die sachgerecht abgehandelt werden können. Bedeutet, es werden die Mindeststrafen abgesenkt. Für die Herstellung und für die Verbreitung dieser Bilder und Videos gibt es in Zukunft nur noch Mindeststrafe 6 Monate. Heißt, es kann eingestellt werden wegen Geringfügigkeit, es kann eingestellt werden wegen Geringfügigkeit gegen Gelderauflage und es kann schriftlich mittels Strafbefehl entschieden werden. Und für den Besitz dieser Dateien oder Schriften beträgt die Mindeststrafe dann nur noch 3 Monate. Das heißt, dann sind wir bei 3 Monaten bis zu 5 Jahren mit genau derselben Konsequenzen. Einstellung wegen Geringfügigkeit ist möglich, Strafbefehl im schriftlichen Verfahren ist möglich. Und die Obergrenzen, also das obere Ende des Strafrahmens, die 10 bzw. 5 Jahre, die bleiben unangetastet. Das heißt, für die ganz schweren Fälle ist immer noch eine sehr hohe Strafe möglich. Es hat keinen bzw. gut wie keinen Einfluss auf die Fälle der schweren Delikte, die jeder im Kopf hat, wenn er an solche Fälle denkt.